ARD Text im Auftrag von Funk Und das ist natürlich ungünstig, weil heute Freitag ist Und Freitag ist eigentlich mein Aufnahmetag Das heißt, eigentlich hätte ich heute Für 4 laufende Projekte Also Need for Speed, Gran Turismo, GTA und Assassin's Creed Jeweils 7 Parts gemacht Das sind 28 Videos Ich habe geschafft bisher 14, nämlich Need for Speed und Gran Turismo Die sind fertig für eine Woche beide Und da habe ich mir gedacht Gut, ich schaffe nicht mehr viel Ich schaffe vielleicht noch 2-3 Videos, dann ist meine Stimme weg Ich merke das, das tut jetzt schon höllisch weh Ihr hört das wahrscheinlich auch ein bisschen Und dann dachte ich mir, was machst du GTA oder Assassin's Creed Und dann habe ich einfach logisch nachgedacht GTA kam die ganze letzte Woche schon nicht Assassin's Creed schon Und außerdem machen wir bei Assassin's Creed jetzt die Story gerade auch fertig Haben wir bei GTA natürlich auch Aber GTA kam jetzt eine Woche nicht Und deswegen dachte ich, wir machen noch ein bisschen GTA jetzt Bevor meine Stimme komplett versagt Und dafür mache ich dann halt kein Assassin's Creed mehr heute Ja, was wollen wir machen? Das ist schwierig Am besten irgendwas, wo ich nicht viel reden muss Aber erst einmal, weil ich bin mit Trevor unterwegs Ähm Ah, ich komme erst einmal große, starke, farbige Jungs Und wollen mich schlagen Was sind bei euch falsch? Oh mein Gott Jungs Ey, hallo Was sind bei euch falsch? Oh, oh shit Das wollte ich gar nicht Sorry Aber guck mal, wie sie direkt wie kleine Mädchen sich wegducken Au Die kleinen Pussis Lalalala, ich war das nicht Oh, da kommen Kops Moment Also ich habe das Gefühl, wenn ich weiterrede, dann entzündet sich bei mir irgendwas Und dann Ja, war es das mit meiner Stimme für immer wahrscheinlich Deswegen sollte man es wahrscheinlich nicht provozieren Ich dann Mache also jetzt wirklich nicht mehr viel Nur das Nötigste Eins, zwei Videos GDA Dass ein bisschen was kommt Und den Rest muss ich dann irgendwie nachholen Oder es kommt halt mal eine Woche nix Ist halt so Ich meine, gegen eine Krankheit kann man leider nix machen Oder halt nicht so richtig Und wenn die Stimme betroffen ist Dann ist sie betroffen Und dann kann man als Let's Player leider nicht wirklich gut let's playen Denn die Stimme ist nur mal das, was man braucht dafür Und mein Hals tut gerade halt ziemlich weh bei jedem Wort Ich glaube morgen ist da irgendwas entzündet Eigentlich krass, dass man einfach irgendwann nicht mehr reden kann Das ist ja nicht mal Heiserkeit, es tut einfach weh Am Hals Da, wo der Adamsapfel ist ungefähr Lauter schicke R8s hier Also ich werde jetzt mal Bei den Missionen Wir haben die dritte Alternative gemacht damals Ja, also Uns fehlt ja noch das große Ding Äh Wir hatten ja manche Missionen nochmal gemacht Aber das große Ding fehlt noch Alternativ Den Rest haben wir glaube ich, ne Ja, Büro haben wir gemacht Machen wir jetzt das große Ding noch alternativ Denn da muss ich Gott sei Dank nicht viel reden Ich kann's leider nicht Tut mir echt leid, Jungs Und Mädels Aber ich denk mir halt Mach lieber was Sonst kommt gar nichts Lieber ein Video, wo ich nicht viel reden kann Und wo meine Stimme kaputt ist Als gar keins Zora, was konnte ich denn? Bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the Metro Network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? Right, you'll need to get a hold of and mod some getaway cars. A normal suspension's going to give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? Four tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? That's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your sense. I've heard that before. Michael, subtle or obvious, what's going to be? Michael, subtle or obvious, what's going to be? We're going to take the Bora-Variante. We're going to take the other one. Mal. Denn die wollen wir ja mal anschauen. McReary? He was part of a well-known Liberty City Stick-Up Crew. Small world. Yep, den nehm ich. Ah, think about my buddy Chef, okay? Konsument professional. I got a good feeling about him. Und Chefkoch, nehmen wir einen Schuss. Fahrer Nummer 1, takes the wheel in the 4th getaway car. Eddie Toe. Ja, you can count on him to get you out of a spot. This girl, Taliana. She's supposed to be good. And she'll work for way less than she's worth, if you believe that. Nice, nehmen wir die mit. Stimmt, die hatten wir ja mal extra geholt. I'm not going to pass her up. Now, the hacker, they're going to break into the traffic system by you some time coming out of the bank, if you need it, but we might be cool. Harris? Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. We'll only get one shot at this thing. Is this the shot we want to take? Yep, will ich machen so. Danke. Okay. We need those stingers and the modified getaway cars. Ja, muss ich ja nicht mehr besorgen, Gott sei Dank. I knew you'd like that. Sounds kind of fruity if you ask me. Nobody asked you. Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work, as long as we're ready to move now. Come on, I'll take you to the equipment. Fuckin' asshole. Alright, let's go. What's the 1044 schedule C and SE? It means you're on the IRS radar. I haven't filed since I left grad school. Show's for paying customers only. Okay, okay, here. Get dressed. Ha 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 ha. Hurry up. Get changed, alright? This is the biggest day of your sorry little life. Hey, man. So we're really doing this shit? Frank, come on. Next door. Ah, our network hacker. Don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state of the art. Cool. Hey, where's the rest of the crew? Outside. Hey, good luck, homies. I'll see y'all at Mission Row, alright? Oh, we'll see you there with approximately eight tons of gold. Four tons, not eight. Alright, people. Let's go. Get in the car, baby. We are about to make history. Oh, yeah. Ich freu mich. Alright, people. The trucks are on route. Let's get to the tunnel and wait. Okay. Vor 8 Uhr morgens. Okay. Wir haben noch... Eine Minute. Oh, da bisschen mehr. Hey, so we ain't worked together before. They got experience. Chill the fuck out. Tranquillo, man. They're cool. They don't look cool. They don't sound cool. And cool is one of those things where the perception creates the reality. Ergo. The asshole is not fucking cool. They're on board. And there ain't no change in that before we hit the big one. So you better deal with it. And I thought you were the only guy I had to keep my eye on. So, da sind wir. Hier ist der Tunnel. Alright, the trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. Alright, here we go. This is it. Alright, alright. Let's see the band. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Drop the Stinger. Now keep driving. They should go over it. Haha. Als ob die in echt keine Vollgummireifen haben oder sowas. Die müssen gegen sowas doch geschützt sein. Oh shit. Move your ass. You do not want to die for this shit. Shit. Oh shit. Your move buddy. No. 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 Get a fucking move on. Come on. Move. Hurry up. Just hold on. Hey. Please. Please. Let's go. Let's go. Oh shit. We need you. No. No. What's your name? Casey. Casey. Get in the fucking truck. Let's go. 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 Ok. Los gehts. Wir haben neue Rärchen. Achso. Das sind die leeren Transporter wahrscheinlich. Ne? Wir holen uns jetzt das Gold erst. Shit. 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 Relax man. I am the one who should be〜 crapping myself. Are you about to rob the biggest bank on the planet? Fuck. Fuck! So, da geht's rein. Die Zeit, Onion 86 in the building. Eggplant 22 in sight. Stand by. They're here. Don't do anything stupid. Let's go, pal. Authorization. Good. 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 Access is good. Courtesy Escort is good. Take us to it. Follow me. Bei Trevor hat er kurz nachgedacht. So, wir folgen dem Manager. Ich wollte mich ja nur mal umgucken. In Ruhe. Wir sind ja sonst nie mehr hier. Ja. How's things? Uh, good. Yeah, um, uh, fine. I bet the freeway is an absolute B star star CH today. Heh heh. Tell me when it isn't. And you gentlemen have to sit in those trucks, bored out of your mind, staring at more money than you know what to do with. Hm. Okay. Let's go. Collection team is here. You ain't getting through that thing with the shizzle. So, you know what to do. Uh huh. Come on. Okay. Gentlemen? Oh, hey. Good job to do. Absolutely. Nice. Boy, oh boy. Da ist unser Gold. Woo! There is a lot of gold in here. We're just holding onto it for the Chinese. Well, we ever want to keep it in the United States. Sure, take what you can carry. Ha ha. Ha 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 ha. Ha ha ha! That's good stuff. Hey, come on come on come on. We have a schedule game. Alright! Ja, rein, spazieren und rausspazieren, so einfach ist das. Ah, da freut er sich. Und jetzt wisst ihr auch, wie das deutsche Gold in Amerika verschwand. Irgendwer ist reinspaziert und wieder mit dem Gold rausspaziert und keiner hat was gemerkt. So ungefähr wahrscheinlich. So, steig ein. Das läuft so sehr zu gut bis jetzt. Okay. Okay. Wir haben auf Mission Road. Wir gehen auf Mission Road. Oh, Jesus! Control, das pick-up war gut. Wie ist es da? Es ist gut. Es ist gut. Meriwether hat die UD. Sie sind da nachdenken. Ich habe ihn für dich. Shit. Okay. Was kannst du machen? Wir haben ihn zu dem Trafik-Light-System. Ich versuche, ihn von dir zu entfernen. Ich versuche, ihn von dir zu entfernen. Okay, ich soll ihn zu Franklin wechseln. Dann machen wir das mal. Fuck. Ich hoffe, du hast eine Lösung für dieses Problem. Klaro! Was?